Jo Leute, hier sind Miko bzw. Mei und Kiko, hi. Wir haben in Facebook diese eine Seite. Kiko sagt euch, wie sie heißt. Ja, Badadam Anime. Das ist eben dann gezogen. Ja. Und wir haben dazu jetzt eine Community erstellt. Und die wird aber erst später freigeschalten. Sobald sie freigeschalten wird, seht ihr den Link bei der Facebook-Seite. Oder wir machen noch ein Video dazu. Kommt drauf an. Je nach Bock. Jupp. Okay. Ja, den Link findet ihr unten in der Beschreibung, schätze ich mal. Ja, von unserer Facebook-Seite. Ja, und in der Facebook-Seite, da müsst ihr uns dann einfach auf Gefällt mir drücken. Wenn ihr wollt. Schreibt mal Neuigkeiten, wenn euch die Seite gefällt. Abonniert auch ihren Kanal. Und Kikos auch. Der Link kommt auch unten. Und der Kanal von den Jungs dort mit den ganzen Let's Plays kommt auch unten. Ja. Also, könnt ihr euch ja mal anschauen. Und also, bei dem Video jetzt nicht wundern. Wir sind bei so einem 3D-Chat drinnen. Deswegen gucken unsere Figuren auch immer so bescheuert hin und her. Ja, und ihr kriegt den Link auch unten, wenn ihr euch da anmelden wollt. Ja. Seht ihr auch, schätze ich, jetzt unsere Namen? Dann wisst ihr auch irgendwie trotzdem toll. Ja, jetzt seht ihr auch Kikos Namen. Hey. Scheiße, ich hab's mal immer gerade mit dem Kopf aus. Was? Dein Laptop schwebt in der Luft. Ich weiß. Nehmen wir ein Kimmer noch auf? Ja. Achso. Äh, ja. Das waren jetzt die wichtigste... Meldung. ...informationen, die wir euch mitteilen wollten. Ja, und das war's dann mal von uns. Und vielleicht hören wir uns ja bald mal und... Schreiben... Ja. Skype. Ja, Skype. Also, ähm... Ja. Ähm... Ciao. Ein bisschen schwer. Ja, ciao.